Begrüßt mit mir gemeinsam an dieser Stelle Karl Kröken. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Vertreter des Handwerks, liebe Freunde des Kriegens, ein Glockengeleut hat den Beginn unserer Veranstaltung symbolisiert. Fünf Riesensglockenschläge für unsere fünf Kontinente. Jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten aus Krisengebieten, jeden Tag weiteres Leid, jeden Tag das Gefühl, dass sich die Gewaltspirale immer nur in eine Richtung dreht, aufwärts. Gegen diese Entwicklung haben wir im vorigen Jahr hier in Dessau-Roslau eindrucksvoll demonstriert. Und das Interesse an einer Frage, die nach wie vor die Wichsete in unseren Tagen ist, war damals beeindruckend, nämlich, wie können wir den Frieden zurückgewinnen, sowie unsere Wirtschaft und Bevölkerung vor enormen Schäden bewahren. Das hat damals einen großen gesellschaftlichen Zusammenhalt geschaffen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass nach unserer Demonstration am 28.8. im vorigen Jahr hier wiederum wir hier in Dessau zusammengekommen sind. Um für etwas gerade zu stehen, was die Handwerker für den Frieden auf ihren Kundgebungen in Deutschland immer und immer wieder vertreten und uns nicht wundtot machen lassen wollen. Und wir sind heute hier, weil wir der Wahrheit eine Stimme geben müssen. Nach wie vor werden wir rund um die Uhr beschallt in eine Kampagne der Zeitenwende hineingezogen, wo man uns beizubringen versucht, dass alles, was nach 1945 in Richtung Frieden getan wurde, ein einziger Fehler gewesen sei. Wir lesen in der Zeitung, mit wem wir Krieg führen, der Krieg darf nicht verloren werden, wir müssen kriegsdichtig werden. Im Kern besteht doch das Problem darin, dass wir Menschen in der Politik haben, die aus mangelnder Kompetenz, aber auch aus Ignoranz heraus diese schädliche Politik mindestens seit dem letzten Regierungswechsel betreiben. Ohne Rücksichtnahme auf das Wohlergehen der Bevölkerung. Aber auch ohne zu bedenken, welche Konsequenzen diese Politik für die ukrainische Bevölkerung hat, die unter diesem Krieg leidet. All das wird verbrämt, indem man sagt, die Ukraine wird gewinnen, weil sie gewinnen muss. Dazu sagen wir Nein. Nein, diese Gewaltspirale müssen wir durchbrechen. Aber dazu braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, standhalten und eben Nein sagen. Und das in persönlicher Verantwortung, auch wenn du dann alle Qualitäts- und Leitmedien gegen dich hast. Aber das ist eben die wirkliche Auseinandersetzung, vor der wir auch heute stehen, mehr denn je Mut, ein eigenes Gewissen zu haben und sich nicht einschüchtern lassen. In dieser Situation gehört eben Mut dazu, zum eigenständigen Handeln aufzurufen. Wir als Handwerker und Sie haben ihn und wir wollen ihn weiter auf die Straße tragen. Nein zu kriegen und den Rüstungswahnsinn stoppen. Und genau das ist die Kampagne am heutigen Mittag hier auf dem Dessauer Schlossplatz. Den Regierenden zu erklären, wir lassen uns von euch nicht länger ins Boxhorn jagen durch immer neue Schreckenszenarien. Sie haben die Pflicht, sich zusammenzusetzen und vernünftige Verträge zu machen und keine Sanktionspolitik in Gang zu setzen. Und auch im Nahostkonflikt trauern wir um die Toten, die Verletzten und Verschleppten und sind entsetzt über die schreckliche Gewalt des Angriffs der Hamas und der militärischen Antwort der israelischen Armee. Wir wollen hier auch unsere Forderungen auf die Straße bringen können, ohne als antisemitisch oder terrorunterstützend denunziert zu werden. Wir fordern von der Bundesregierung, setzen Sie sich für einen sofortigen Stopp aller Kampfhandlungen und die Freilassung der Geiseln ein. Sorgen Sie für eine humanitäre Versorgung der Menschen in Gaza. Befördern Sie den Beginn von Friedensverhandlungen. Und wir sagen auch ganz klar, was wir wollen. Verhandlungen statt Krieg, Abrüsten statt Aufrüsten, Verständigung untereinander statt Machtkämpfe, nicht länger Krieg, nicht länger Aufrüstung. Und wir schädigen uns doch damit nur selber, auch was die Sanktionspolitik betrifft. Und diese Schädigung, die wir uns selber zufügen, dämmert so langsam bei immer mehr Menschen. Weil der Karren so tief im Dreck steckt. Und er steckt weit tiefer drin, als es die Bundesregierung wahrhaben will. Aber dann braucht es eben große Anstrengungen, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Der Schuss ging voll nach hinten los. Nicht Russland, sondern der deutschen Wirtschaft würde und wird schwerer Schaden zugefügt. In Deutschland findet eine rapide Deindustrialisierung statt. Wir brauchen nur nach Biesters gucken, weil die Energiekosten nach der Abkehr vom russischen Pipeline-Gas explodiert sind. Wenn es bei uns nicht hergestellt wird, na dann wird es in anderen Ländern woanders hergestellt, aber dann sind eben hier die Arbeitsplätze verschwunden. Und zwar für längere Zeit. Und das betrifft dann mehrere Generationen. Wenn wir im internationalen Wettbewerb bestehen wollen, sind wir auf bezahlbare Energie und Rohstoffe aus Russland angewiesen. Jetzt beziehen wir viel teureres russisches Gas in Form von Flüssiggas über Belgien und ebenfalls viel teureres russisches Öl über Indien. Das haben wir vor einem Jahr als Handwerker mit normalem, logischem Menschenverstand vorausgesagt und so ist es leider gekommen. Und keine andere europäische Regierung hat so törig gehandelt wie unser. Es gibt weiterhin einen unbeschädigten Strang der Nord Stream 2. Ich gehe jetzt mal ja nicht auf diese Aufklärung mit antizorender Handbremse ein. Aber über diesen könnten 27,5 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich geliefert werden. Deutschland trifft deswegen nicht die Entscheidung, weil es Washington nicht gestattet. Wir sind eben die Vasallen der Amerikaner. Aber wir fordern, weil es eben notwendig ist, die sofortige Inbetriebnahme und Aufnahme der Lieferung. Geld haben wir für gar nichts. Nichts für den Unterhalt von Krankenhäusern, nichts für notwendiges Pflegepersonal in den Heimen, nichts für Lehrer an den Schulen, nichts für Angestellte in den Kindergarten. In Deutschland fehlen 300.000 Kita-Plätze. Die Tafeln knicken unter der Last der Bedürftigen ein. Seit Beginn des Ukraine-Krieges verzeichnen die Tafeln 50% mehr Kunden und versorgen derzeit bis zu über 2 Millionen Menschen mit Lebensmitteln. Dieser soziale Krieg gegen die eigene Bevölkerung ist eine Politik, die die Infrastruktur in Deutschland weiter kaputt kürzt und uns als Industrieland massiv gefährdet. Klare Ansagen. Finde ich gut. Die Mieten fressen bald mehr als die Hälfte des Monatslohns. Die Gas- und Strompreise sind so hoch, dass immer mehr die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Der Deutsche Mieterbund spricht hier über Millionen. Die Strompreise in Deutschland sind dreimal so teuer als im internationalen Durchschnitt. So müssen private Verbraucher der USA nicht einmal die Hälfte dessen zahlen, was Verbraucher hierzulande schultern müssten. Saudi-Arabien, Russland, Mexiko, China, Kanada, Südkorea werden weniger als 10 Cent pro Kilowatt ständig. Und das alles, weil wir einen Wirtschaftskrieg gegen Russland losgetreten haben, den wir nicht gewinnen können. Einen Wirtschaftskrieg gegen eine Volkswirtschaft, die nahezu autark lebensfähig ist. Und einen der wichtigsten Rohstofflieferanten der Welt zwingt man auf diese Weise nicht in die Knie. Das weiß jeder normaler, gebildeter, auch hier Dessauer, sage ich mal. Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Und die Deindustrialisierung unserer Wirtschaft ist ja kein heraufbeschworenes Gespenst, sondern Realität. Es ist einfach wirtschaftspolitischer Irrsinn, der hier getrieben wird. Und für was eigentlich? Außer eben mal 100 Milliarden aus der Hand geschüttet, für Bomben und Raketen, für Panzer, für F-35, Darmkappen Panzer aus amerikanischer Produktion. Woher dieser Wahnsinn? Es geht nicht um Menschenrechte, es geht nicht darum, jeden Quadratkilometer der Ukraine zurückzuerobern und zu befreien. Und mit 85,5 Milliarden sind die Militärausgaben 2024 die größten seit Bestehen der Bundesrepublik. Damit zieht die Bundesrepublik an allen anderen EU-Staaten und auch an der russischen Föderation vorbei. 1989 lag der Frieden auf dem Verhandlungstisch Europas. Gorbatschow, dem wir die Wiedervereinigung verdanken, bot an und erklärte es als notwendig, Abrüstung vom Ural bis zum Atlantik. Statt darauf einzugehen, hielt es Amerika für nötig, den Kalten Krieg als einen Sieg zu deklarieren und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Frieden kann nur kommen, wenn man selber Frieden will und nicht durch Ausdehnung der NATO. Keine Ausdehnung um keinen Zentimeter. Das war das Versprechen von damals. Die Russen zogen ab, das US-Militär blieb. Die Zusage von NATO nicht nach Osten zu erweitern, war aber die Voraussetzung dafür, dass die sowjetischen Truppen aus Deutschland abgezogen wurden, obwohl die Amerikaner blieben. Es hat also Versprechen gegeben, einfach deshalb, weil der Westen keine andere Möglichkeit hatte, die Zustimmung der UdSSR für die Wiedervereinigung zu bekommen. Gorbatschow hat die deutsche Wiedervereinigung einzig und allein deshalb akzeptiert, weil er die Zusicherung von Bush, Baker, Kohl, Genscher, Zetscher und von Manfred Wörner bekam. In diesem Sinne hat Manfred Wörner am 17. Mai 1990 in einer Ansprache in Brüssel erklärt, die Tatsache, dass wir bereit sind, keine NATO-Armee jenseits des deutschen Staatsgebietes zu stationieren, gibt der Sowjetunion eine feste Sicherheitsgarantie. Und wer dies bestreitet, kennt einfach nicht den Wert des gegebenen Wortes. Und so hat man eben die Versprechen schnell vergessen, was für ein armseliges Verständnis vom gegebenen Wort und der Ehre. Applaus Und es war auch irrational, auch weil der Admarer Aspekt ausgeklammert wurde. Was für ein Verrat am Wesenskernen Europas. Und bei allem, bei aller Kopflosigkeit und Schuldzuweisungen in der heutigen Zeit dürfen wir das Eigentliche nicht übersehen. Das Eigentliche ist, dass die noch 1989 vorhandene Hoffnung für eine Neugestaltung des europäischen Kontinents gescheitert ist. Der Aufbau einer kooperativen kontinentalen Friedensordnung jenes europäische Haus von Lissabon bis Vladivostok, von dem Gorbachev stets brach. Und heute treibt die Frage, wie dieser Krieg, wie dieses Grauen beendet werden kann unserer ganzen Bevölkerung. Wenn wir in eine immer tiefer werdende Spaltung der Gesellschaft verhindern wollen, wo wir teilweise auch hingetrieben wären, die Gesellschaft soll sich spalten, soll unterschiedliche Aufwand haben, dann sollten wir aber respektieren und das ist heute noch mein Appell an die Demonstranten, dass die einen wie die anderen zwischen Russland und der Ukraine den Frieden wollen. Aber wenn wir nicht daran glauben, dass durch Waffenlieferung das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gestärkt wird, um dadurch einen gerechteren Frieden zu erreichen, wenn wir das anders sehen und keine Waffenlieferung und einen unverzüglichen Waffenstift an wollen, dann darf man uns nicht als Putin Knechte bezeichnen. Aber wenn wir in einer Zeit leben, wo sogar das Verstehen verboten sein soll, wo das Analysieren verboten sein soll, wo man jeden, der versteht, also jeder, der denkt, der sich eine eigene Meinung bildet, als potenziellen Russland-Versteher bezeichnet, dann schlägt die Stunde der direkten Demokratie, dann schlägt die Stunde für uns hier auf dem Schlossplatz des Bürgers, dann müssen wir langsam sagen, so, jetzt reicht es. wenn ich zum Beispiel in einem Krieg für Frieden bin, dann muss ich mir nicht von irgendjemandem erzählen lassen, der noch nie sein geschütztes Büro, seinen Bildschirm verlassen hat, ich sei ein Diener des Bösen. Wir müssen uns heute wieder mehr wehren, um unsere eigenen Meinung gehört zu verschaffen. Heute herrscht intensiviert ein Krieg gegen die eigene Meinung, gegen die Meinungsvielfalt. Da müssen wir dagegen halten, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Und wir wissen, dass aus der Geschichte Deutschlands ein einseitiges Meinungsklima hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wenn einseitig gesprochen wird, dann kommen auch einseitige falsche Entscheidungen, wie wir jetzt sehen, zustande. Und dieses einseitige Meinungsklima produziert Entscheidungen, wo der Verdacht nicht mehr vom Tisch zu wischen ist, dass unsere Interessen, die des Volkes, überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt stehen. Und deshalb macht mir diese lodernde Siegesgewissheit im Grunde genommen auch Angst. Diese Propaganda mit dem Krieg, wir müssen den Krieg gewinnen. Man muss doch in der Politik immer mit dem schlimmsten Ausgang einer Entscheidung rechnen. Und hier ist der schlimmstmögliche Ausgang, dass wir in einen Atomkrieg reinrutschen. Und es ist einfach ein Mangel an Verantwortung unserer Politik, diese Möglichkeit bereits ins Reichs der Verschwörungstheorie und Feindpropaganda abzuschieben. Da ist es der Auftrag der Politik, diesen Extremfall zu vermeiden und den Krieg zu beenden. Und wenn das die Politik nicht macht, dann ist es unser Auftrag der Bürger, sie daran zu erinnern. Das ist unsere Grundthese. Die Realität des Krieges ist nicht einfach eine Fußnote, die man einfach hin nimmt. Da kommen Leute auf uns und sagen, in der Ukraine wird unsere Gesellschaftsordnung verteidigt, werden unsere Werte verteidigt, in der Ukraine wird die Freiheit verteidigt, der Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Wir haben zugegeben, dass Minsk 1 und 2 erdacht wurden, um Zeit gewinnen. Und dieser Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine militärische Auslandersitzung, es ist auch ein Informationskrieg. Und angeblich sind wir immer so stolz darauf, eine Demokratie zu sein und versuchen immer, Baerbock ist da, reitet da vorne weg, unsere Werte hochhalten in einer Welt, wo teilweise mit dem Kopf geschüttelt wird und wir sagen, wie wir uns in einer Demokratie von anderen unterscheiden. Ja, wenn das so ist, aber was tun wir denn? Wir ignorieren das Friedensgebot der Verfassung und wir ignorieren das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir ignorieren, dass der Krieg längst hätte beendet werden können. Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Weil jetzt geht es doch aber nicht darum, wer auf der guten oder wer auf der schlechten Seite ist und wir uns das dann gegenseitig irgendwie unterstellen und dass immer mehr Panzerflugseite geliefert und Waffenfabriken jetzt sogar errichtet werden. Jetzt, wo wir in einem ernsthaften Krieg sind, geht es doch darum, eine weitere Zerstörung und viele Tote zu verhindern und alles dran setzen, dass der Frieden zurückkommt und zwar stabil und vor allen Dingen auch auf der Grundlage der Berücksichtigung aller Interessen und die jetzt der Meinung sind, wir müssen Russland vernichten, denen empfehle ich einen Blick in die Geschichte und auch mal auf die Landkarte, was die Größenverhältnisse anbelangen und wo sich auch eine neue Weltordnung mit den BRIC-Staaten herausbildet, wo im Januar 20 Staaten der BRIC-Vereinigung wieder beitreten, das sollten sich die Leute dann auch mal angucken und der Krieg und das ist mein Schluss in der Ukraine und auch in der Ost muss wie alle Kriege der Welt beendet werden. Es gibt keinen Grund für Deutschland kriegstüchtig zu werden und es muss ein Umdenken erfolgen und dieses Umdenken weil wir es von der Regierung scheinbar nicht erwarten können aus bestimmten Dingen heraus muss in den Medien beginnen um bei der derzeitigen Regierung die Fähigkeit zu sicherheitspolitischem Weitblick der bei unserer Regierung nicht vorhanden ist auszubringen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit Kreis-Handwerksmeister Karl Krögel vielen lieben Dank